Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Folge von GTA 5. Will man jetzt mal weiter? Der Banküberfall steht jetzt an. Und ich will mal sagen, auf geht's. So, in der Nähe des Bankeingangs, alles klar. Geh in die Bank. Okay, auf geht's. Ja, das ist happening. Auf den Boden, auf den Boden. Auf den Boden, auf den Boden. Ah, ich spreche mit Michael. Ich glaube die Tür ist bereit, komm hier rein und komm es in, Em. Auf den Boden. Wo sind sie? Wo ist der Tresorraum hier? Habe ich nicht an, wo der Tresorraum ist? Nee, da oben nicht. Ach so. Der hat auf was jetzt auf mich gewartet, dafür. Okay, ich muss mit Trevor zacken. Kommt Leute, mach Kohle, Kohle, Kohle. So, drei Millionen. So, drei Millionen. Vier Millionen. Begib dich zum Tresorraum. So, wir haben schon acht Millionen, aber geil. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. You know, you're surrounded, so you ain't getting a ride to the airport. I don't care if they surrender. I'm killing me some bad guys. Now let the hostages go, and we'll talk like gentlemen. Time to face the music. What the fuck? Sweet mother of a shit. Eine Midi-Gun. What the fuck? Why the fuck not? That was aber richtig cool. What the fuck? What the fuck? You're the same. You're the same. It's coming down. It's coming. Let's go. Come on, move, move. Go, T. Come on, T. I don't have time for your bullshit. You know what? I think I would prefer the cops behind me. Take cover. Come on, dirty cops. By the pool. Shit, get behind something. Damn. Hey, this cop's in the bank. You ain't no way to get out this way. You hear that, guys? Shit. He has a Minigun, but I'm a Minigun. I'm pressing. Put it away. We got a window. Let's move. We're not going through this. Now we're going to get you down the gear. Blast it. Take down the net, bro. I smoke that bowl before we get hit. I'm fired, man. Don't fence me in. Ah, you can't miss. We're going to go through the fence. You have caused enough damage. Get it up. What's going on, man? Hey, Frank. We need another escape room. Can you find a vehicle? Something might stand up with gunfire. There's some construction around the way. Hi. Shit. Same cover. We go right through, gentlemen. Shortball noise. Shortball noise. Shortback noise. Shortback noise. Shortback noise. Watch the humour. That's it. Code voice. I can't wait how many gougars is on fire. I can't wait. I can wait until there's an game. We can see how many different there's an SKR wawks on fire. I can mais the opportunity. I canidades if you want to get me voix. Ja! Gain ground! Come on! Right in front of us! Where you seein' that? Is that a bomb? What the fuck called this? Ain't we doin' this gig to buy one of them choppers? Ah, shit! The fuckin' army! It's too heavy! You wanna play, Dad? We won't be playin'! We won't be playin'! Hey! Hey! Through here! Right along! Ah! Fine! That's really cool, man! Let's say it! They got the army on us! Ah, shit, man! You're gonna protect the military? Go start a war! It's a spirit! Half-hand the army! Or army? This is why I just said spending his life in the rest of the world's life! This ain't what you signed on for! I know! They make me here! They're very close! I don't know how bad I am! You don't care about this money! You don't care about this money! I just hit crazy! What's going on? What the fuck! What the fuck! What does this mean? Okay Franklin 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 Franklin! You have to save us! What? I just don't understand anything! Oh! Okay! Oh, was habe ich gemacht? Du kannst mich mal im Arsch schlecken Ja, so ist das nämlich auch Ach, du kannst mich mal Du schwanzig schon Hau ab von mir Was denn? Ah, der kommt noch nicht so geil durch Ey, lass mich doch durch Ich komme, ich komme, wieso verlieren wir Geld Was ist hier denn? Ey, ich gehe erstmal hier durch WTF? Ja, hier wird es auch brenzlig Ey, ich muss irgendwie so da durchkommen oder nicht? WTF, was passiert? Äh Okay Das ist gerade ein bisschen sehr strange nochmal versuchen Hä, wieso, wo habe ich die... Ach ja, ich bin falsch abgebogen, ja klar Ja, das ist gerade gar nicht so einfach Wieso muss ich mit dem Bagger fahren? Egal Ey, wieso wissen die denn, dass ich die... Dass ich zu denen gehöre Das ist doch völlig ohne Sinn Ja, Mann Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich bin gut, ey Die Hände sind uns einmal raus Denn ich bin mal weg Komm, fracture ich dich Komm, komm, komm Oh nein, das macht wie eine Scheiße, was ist das denn? Alter, ich habe mich nicht weg. Oh, das wird so krass. Oh, wie soll ich denn zur Fabrik kommen? Ja. Kann ich hier rein? Nein, ich komme da so nicht rein. Ich komme da so nicht rein. Ich bin so blöd. ich bin so blöd er wie komme ich da rein ich komme ich da rein aber da komme ich auch nicht rein ich finde das so geil gemacht ich will doch nur so fabrik und dann ach da so komme ich rein alles klar verstehe ich bin doch in der fabrik er ist doch wieder völlig ohne sinn wo muss ich hin ich checke es überhaupt nicht wo ich hin muss ich bin in der fabrik drin was dann wo muss ich hin ich checke das überhaupt nicht das ist so krass undurchsichtig gerade wo muss ich hin ich entferne mich doch schon wieder von da wo ich hin soll warte mal kann ich wechseln nein kann ich nicht aber geil ich checke nicht wo ich hin muss was für eine fabrik ja bin ich doch jetzt unterwegs ich checke das überhaupt nicht ey tut mir leid ich kapiere das voll nicht hier rein ach hier rein ey we got a train to catch shit digs they're all over us ey gosh stirb erstmal wo müssen wir hin wo müssen wir hin we punch through we get clear come on come on come on you assholes fuck off already ok go we're done go we're done go hold him down this you wanna play with me use me as cover frank you don't wanna get out front i'm starting to feel under trust stay behind me kid i got the armor go go no 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 go 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 hey jack's no good when you're dead you ass who else will be fucking this up who else will be fucking this up take cover gee la come in i'm trying to hold these guys where are you we talked to do a chicken factory to get away from the tanks chicken factory oh i see it i'll try and head off anyone who looks like they're going in i told you chef was good people cheater running a business is surrounding yourself in college i feel like the right manager unlocked his potential oh 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 go away come on come on come on come on that ain't even fair that ain't even fair kid are you still alive? i'm cool just keep going oh more army showing up oh oh more army showing up oh 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 Ja Frank, das hast du schon mal gesagt. Boah, wir haben alle Steine voll. Wo sind sie? Wird doch irgendwo beschossen oder nicht? Oder ist das völlig falsch? Komm schon, komm schon! Komm schon, ihr Arschlusser! Komm schon! Wer ist das denn? Was ist das denn? Granate? So liebe Leute, ich mache jetzt eigentlich mal einen vollen Break dieser Action geladenen Folge. Bis zur nächsten Folge von GTA 5. Haut rein und ciao!